Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. In diesem Video geht es heute um die Weltwirtschaft, um Inflation, um das System, um die fünf biologischen Naturgesetze und um viele weitere Unterthemen. Ich möchte dich in diesem Video mitnehmen, um dir Stück für Stück das System hinter dem System zu erklären. Ich habe vor ca. 4-5 Wochen angefangen, einzelne Videos zu machen, die nur darauf abzielten, auf dieses Thema, auf dieses Video hier vorzubereiten. Unter anderem ging es hierbei um das Geld. Geld als Basis, als Grundbaustein für den Aufbau eines Systems, für die Aufrechterhaltung und für das Nutzen des Systems aus der Sicht derer, die es erschaffen haben. In diesem Video habe ich dann ausführlich erklärt, dass alles auf dem Geld aufbaut, was man letzten Endes an dem derzeitigen System sehen kann und dass ein weiterer Aufbau eines neuen Systems nur über das Geld entstehen kann. In dem Fall ganz konkret über Kryptowährungen. Anschließend an dieses Video habe ich aus dieser Perspektive als Grundbaustein die Auswirkungen auf den Menschen dargelegt. Das heißt, die fünf biologischen Naturgesetze sind dafür da, um sie zu nutzen. Und wenn du sie nutzt, dann verstehst du immer mehr, weshalb der Mensch so ist, wie er ist. Und nicht im Allgemeinen, sondern individuell. Denn jeder Mensch wird erst zu jemandem, in dem er das Leben lebt. Und du siehst ganz genau, wie die Menschen sich jedes Mal dann, wenn das System verändert wurde, sich verändert haben. Denn das System ist alles andere als biologisch. Und deshalb gibt es da natürlich auch Auswirkungen. Und diese Auswirkungen, die sind sehr vielfältig. Denn hierbei ist es so, dass unbewusst der Mensch so sehr vom Geld beeinflusst wird, dass er es gar nicht mitbekommt. Denn es passiert ja unbewusst. Seit circa 30 Jahren ist hierbei eine dahinterstehende Agenda dafür da, dass die Stellschrauben im System immer mehr zugedreht werden. Dass die Auswirkungen auf den Menschen immer größer werden. Denn der Mensch definiert sich, identifiziert sich über das Geld und damit mit dem System. Und der Mensch ist darauf konditioniert. Aber nicht von den Eltern, nicht von dem näheren Umfeld, sodass das Ganze über Generationen weitergegeben wird. Sondern der Mensch wird jeden Tag konditioniert. Unbewusst. Durch viele verschiedene Signale. Durch viele verschiedene Lebensbereiche und durch die generelle Struktur des Systems. So sieht man, dass dann natürlich auch das Miteinander, das Leben in der Familie oder auch außerhalb der Familie darunter leidet. Zumindest könnte man objektiv gesehen feststellen, dass es sich verändert. Und wie es sich verändert, das habe ich in diesem Video ausführlich erklärt. Denn man sieht bereits schon seit vielen, vielen Jahren, dass Kinder sich ganz anders entwickeln, als das früher der Fall war. Was natürlich daran liegt, dass die Kinder auf die Welt kommen und dann eigentlich schon ziemlich alleine gelassen werden. Und hierbei kommt dann eben immer der Aspekt, ich kann mein Kind nicht bei mir haben. Ich muss Geld verdienen. Die Priorität liegt also heutzutage beim Geld verdienen. Denn das Kind braucht ja so vieles. Das Kind soll ja nicht in Armut geboren werden. Das Kind soll ja dieses und jenes bekommen. Das heißt dann immer, ich möchte meinem Kind etwas bieten. Ja, das Ganze wird aber hierbei gleichgesetzt mit Konsum, mit nichts anderem. Da geht es nicht darum, dem Kind Nähe zu bieten, Zeit zu geben, dem Kind die freie Entwicklung von sich selbst zu geben oder vielleicht mal mit dem Kind in die Natur zu gehen, sondern da geht es darum, dem Kind möglichst gute, schöne Klamotten zu kaufen, dem Kind ein Smartphone, ein Tablet, einen Computer oder eine Spielekonsole zu besorgen, damit es im Vergleich zu vielen anderen Kindern nicht als blöd dasteht, als arm dasteht. Sodass die Eltern die Priorität aus Geld verdienen legen. Jedoch mit der berechtigten Frage aus meiner Sicht, weshalb sie dann Eltern werden. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich hiermit verdeutlichen möchte, ist, dass die Auswirkungen bei jedem Menschen da sind. Denn es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob du Geld hast oder keines. Die Menschen gehen immer davon aus, weil sie darüber konditioniert werden, dass es wichtig ist und dass es gut ist, viel Geld zu haben. Dass es dem Menschen Freiheit gibt. Dass es dem Menschen das Leben leichter macht. Vielleicht, dass auch ein glücklicheres, schöneres und sorgenfreieres Leben zum Ende des Lebens da gewesen ist. Aber es spielt keine Rolle, denn der Körper reagiert auf beide Seiten. Denn der Körper ist nichts anderes als ein duales Konstrukt. Ein duales Konstrukt im Sinne der Materie aus Schwingung heraus. Und der Körper reagiert demnach auf ich habe oder ich habe nicht. Das ist das grundlegende biologische Prinzip. Und wenn du die fünf biologischen Naturgesetze kennst, dann weißt du das auch. Das heißt, Familien, die Geld haben, die haben dennoch Auswirkungen. Da ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt an den Eltern zu sehen. Das kommt meistens erst zu einem späteren Verlauf der Zeit. Sondern es ist am Kind zu sehen. Denn das Kind leidet darunter, dass es die Mutter nicht hat, dass es die Eltern nicht hat, weil die Eltern ja arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Obwohl sie dann viel Geld haben, geht es dem Kind nicht gut. Dann sagen diejenigen, ja, das liegt ja daran, dass sie arbeiten gehen, dass sie nicht beim Kind sind. Und interessanterweise ist das die logische Schlussfolgerung, dass es so sein muss. Es ist aber nicht ganz so. Denn genauso gibt es die Auswirkungen, wenn die Eltern daheim sind, sich um die Kinder kümmern, die Kinder versorgen. Aber der Grundtenor in der Familie ist, Geld ist wichtig. Wir haben kein Geld. Wir leiden darunter. Denn dann gibt es genauso Auswirkungen in Bezug auf das Kind und höchstwahrscheinlich auch direkt in Bezug auf die Eltern. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob du Geld hast oder kein Geld. Denn die Auswirkungen haben letzten Endes ja auch nichts mit Geld an sich zu tun. Du kommst nur in Situationen, in denen du bist bzw. nur da drin bist durch das Geld. Und hier kommt dann das Thema Weltwirtschaft, Inflation und natürlich auch das Systementspiel. Wenn du jetzt mal die letzten 15 Jahre dir anschaust, dann wird dir sicherlich aufgefallen sein, dass man sowohl im Mainstream als auch in den alternativen Medien immer mehr über das System an sich in Bezug auf das Wirtschaftssystem gesprochen hat. Denn wir erinnern uns alle noch sehr genau an 2008. Das war für die meisten Menschen ein Jahr, in dem sie das allererste Mal bemerkt haben, dass eventuell von jetzt auf gleich sich im System für das Leben der Menschen etwas verändern kann. Stichwort Wirtschaftskrise. Das heißt, auch ein Land wie Deutschland, auch ein Land wie Österreich, die Schweiz oder viele andere Länder, die als wohlhabend gelten, kommen in Bedrängnis. Die haben Probleme, entsprechende Geldsummen zu decken. Und da geht es nicht darum, dass sich da mal einer verspekuliert hat, dass da jemand in irgendeiner Art und Weise mit Geld gehandelt hat, welches ihm nicht gehört. Das sind vielleicht die vordergründigen Gründe. Aber im Hintergrund läuft da ja etwas ganz anderes ab. Aber im Mainstream war das Thema und ist seitdem immer noch Thema. Wenn man sich im alternativen Medienbereich umschaut, ist das schon lange Thema und ist auch noch mal viel einprägsamer, weil natürlich auch hier mit Angst und Panik gearbeitet wird. Das hat auch System übrigens. Was ich damit sagen möchte, ist, dass dem Menschen das Geld im Sinne des globalen Geldes immer näher gebracht wird. Er kommt immer mehr in Verbindung damit. Früher war das so, dass die Menschen sich eben um ihr eigenes Geld gekümmert haben. Da war es so, dass sie selbst geschaut haben, ich möchte dieses und jenes verdienen oder ich verdiene dieses und jenes und schaue, dass ich drumherum das mir alles so ermöglichen kann. Da gab es natürlich genauso Krisen, da gab es genauso politische Entscheidungen. Aber die entsprechende Nähe zum Geld, zur Wirtschaft, zur Politik war eine ganz, ganz andere. Jetzt würden viele sagen, die Nähe zur Politik war früher mehr da als heute. Da gebe ich bedingt Recht, denn es geht nicht darum, dass mehr Rücksicht auf den Bürger genommen wurde, sondern es geht darum, dass die Menschen immer mehr mitbekommen. Und das liegt eben vor allem an der Vielzahl an Medien per se, an dem Medienkonsum. Vor 40, 50 Jahren, da haben nicht allzu viele Menschen, nicht mal im Ansatz so viele wie heute, das alles so im Detail mitbekommen, wie was passiert. Die Auswirkungen, die hat man dann natürlich ebenso gesehen, aber die Auswirkungen waren ja in dem Ausmaß gar nicht da. Das ist ja der nächste Punkt. Das heißt, die Menschen kommen immer mehr in ihrem Lebensbereich mit diesen Themen in Berührung. Das macht mit dem Menschen etwas, denn es ist genau so, wie ich es gerade erklärt habe, mit dem Kind. Das Kind, welches aufwächst mit oder ohne Geld. Es macht mit dem Kind etwas. Genauso macht es mit jedem einzelnen Menschen etwas, wenn er über zwei, drei, vier, fünf Jahre mitbekommt, dass sich etwas im System so ändert, dass ich darunter leide. Denn da kommt das Reptilienhirn ins Spiel. Das Reptilienhirn ist immer auf den eigenen Vorteil bedacht. Das heißt, man könnte, wenn man das so sehen möchte, das Reptilienhirn als das Ego gleichsetzen. Da geht es letzten Endes nur darum, etwas zu bekommen. Und wir wissen ja, nach den fünf biologischen Naturgesetzen, wenn ich etwas nicht bekomme, ich es aber unbedingt möchte, entsteht daraus ein Problem. Und dieses Problem manifestiert sich körperlich im Sinne einer scheinbaren schulmedizinischen Diagnose einer Krankheit oder eines sinnvollen biologischen Sonderprogramms aus der Sicht der Germanischen Heilkunde. Die letzten fünf Jahre haben den Menschen im System ganz stark verändert. Oder formulieren wir es so, sie haben entsprechende Auswirkungen durch das System bekommen, die davor nie da waren. Nicht mal im Hauch, in dieser Intensität. Und ich spreche da nicht nur von Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern ich spreche da von der ganzen Welt. Natürlich gibt es Regionen, in denen das nicht in einem Ansatz so ausprägend ist wie in anderen. Aber grundlegend funktioniert das System als globales System, als Einheitssystem nahezu überall gleich. Es wird nur an anderen Stellschrauben gedreht. Und es wird eben grundsätzlich seit circa 10, 15 Jahren an mehreren Stellschrauben viel mehr gedreht, als es früher der Fall war. Das heißt, die Menschen wurden seit 2008, das kann auch gerne schon ein Tick früher gewesen sein, sehr sensibilisiert für dieses Thema. Jetzt ist es ja grundsätzlich so, dass die Menschen sich mit dem Geld identifizieren. Wie gesagt, das Leben, der Lebensaufbau geht über das Geld. Ohne Geld kein Lebensaufbau. Ohne Geld kein schönes Leben. Ohne Geld keine Kinder. Ohne Geld nicht dieses und nicht jenes und nichts Sonstiges. In meinem Video Lebenswertes Leben, was übrigens auch ein Video zur Vorbereitung auf dieses Video war, habe ich erklärt, dass die Menschen sehr vieles um sie herum benötigen oder sie es zumindest so sehen, dass sie es benötigen, um ein lebenswertes Leben zu führen. Das, wie ich das auch in dem Video erklärt habe, ist ja nicht von Anfang an so. Es kommt ja kein Kind auf die Welt und denkt sich, ich brauche dieses, jenes, Sonstiges, weil sonst kann ich eigentlich wieder gehen, weil sonst macht das Ganze ja keinen Spaß und ist ja total langweilig. Das entwickelt sich. Und wie ich es vorhin schon erklärt habe, das ist natürlich da unter anderem auch ein Punkt der Konditionierung über die Eltern, über das Umfeld, vor allem aber über das System, indem ich viele verschiedene Bereiche schaffe und unbewusst den Menschen tagtäglich damit manipuliere, beeinflusse. Und spätestens, wenn dann das Kind kein Kind mehr ist, sondern 18, 20 Jahre alt, denkt es sich, naja, um ein schönes, lebenswertes Leben zu führen, dann muss ich jetzt mindestens 3000 Euro netto verdienen, brauche einen Mittelklassewagen und muss mindestens einmal im Jahr in den Urlaub fahren. Und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich nicht glücklich. Dann geht es mir nicht gut, dann strebe ich nach mehr und wenn ich es nicht erreiche, dann kriege ich ein Problem. Und dieses Problem nehme ich billigen in Kauf, weil wenn ich ja dann noch mehr daran arbeite, dann geht das Problem vorbei, weil ich ja dann das erreiche, was ich erreichen wollte. Dass man sich damit aber sukzessiv über Jahrzehnte krank macht, das scheinbar merkt niemand oder die allerwenigsten. Denn es ist ja bereits schon die Denkweise, die Bedeutung, die Sichtweise, was ich damit erreichen machen kann, die, die dafür sorgt, dass ich damit ein Problem habe, dass sich daraus ein Problem entwickelt. Und jetzt kommen wir mal zu den letzten zwei, drei Jahren. Zunächst einmal hat man den Menschen in Angst und Panik versetzt. Und viele von euch glauben bestimmt, dass es gar nicht so viele Menschen gab, die wirklich in Angst und Panik sind oder waren. Ich würde aber sagen, dass es tatsächlich sehr, sehr viele waren. Denn es ist nicht so, dass der Mensch das grundsätzlich verstanden haben muss, um keine Panik oder Angst mehr zu haben. Selbst Menschen, die das scheinbar verstanden haben, wurden in der einen oder anderen Situation so getriggert, dass eine ganz andere Angst dabei hochgekommen ist. Denn eine grundlegende Angst vor irgendwelchen Viren, Bakterien oder Infektionen, das hat ja kaum jemand. Hierbei geht es ja um eine ganz andere Angst. Und die Angst ist ebenso ein Faktor des Systems. Denn die Angst, die ist als Programm, wie ich das auch schon mal erklärt habe, implementiert, um das System zu füttern. Ohne Angst, keine Mitläufer, keine Menschen im System, kein unbiologisches Leben. Das heißt, keine Menschen, die sich für das Geld interessieren, die kein Geld erwirtschaften, die das System nicht aufrechterhalten. Die Schlussfolgerung ist, dass das System in sich zusammenfällt. Wenn ich jetzt genau diese Angst nutze, in vielfältigen Bereichen, dann habe ich eine unfassbare Auswirkung auf das Leben des Menschen. Und nicht nur im Bereich von Gesundheit, sondern in jedem Lebensbereich. Im Bereich der Gesundheit hat man eben vor zwei, drei Jahren gesehen, was es mit dem Menschen machen kann. Man sieht es aber nicht nur von damals aus gesehen, sondern auch heutzutage. Denn es geht wiederum um Angst, die genutzt wird, um das System zu füttern. In Anbetracht, dass man hierbei das Geld mitnimmt. Dass man das Geld als Grundbaustein mit der Angst zusammenfügt und daraus quasi die größte Urangst im Menschen entstehen lässt. Der Mensch wird auf die Angst konditioniert, beziehungsweise die Angst wird dem Menschen gegeben. Und das Geld ist der Dreh- und Angelpunkt des Lebens, was eben unbewusst jeden Tag suggeriert wird. Was daraus entsteht, kann jetzt, glaube ich, ziemlich jeder nachvollziehen. Nämlich eine riesengroße Katastrophe. So, und jetzt schaut euch doch mal um. Ich sehe nur große Katastrophen. Aber nicht, dass ich für mich da jetzt eine Katastrophe sehen würde, sondern ich gebe damit nur das weiter, was andere Menschen sagen über den Zustand. Eine riesengroße Katastrophe. Ob es jetzt irgendein Krieg ist. Ob es jetzt irgendeine Inflation ist. Ob es jetzt irgendwelche menschengemachten Erdbeben sind. Oder was auch immer. Katastrophe, Chaos. War da nicht etwas? Habe ich nicht erst vor kurzem ein Video gemacht über die Eliten, die Machthaber, die quasi das System sukzessiv erzeugt haben. Und da ging es unter anderem auch um das Chaos. Es ging darum, dass das Chaos der Grundbestandteil dafür ist, um aus einem alten System in ein neues System zu wechseln. Und das wissen viele Menschen, die sich mit dieser Agenda schon lange, lange auseinandersetzen. Schon ziemlich lange. Der Witz an der Geschichte ist mal wieder, dass obwohl sie es wissen, sie es eben in der aktuellen Situation, aber auch schon vor zwei, drei Jahren gar nicht sehen. Denn was mir in den letzten zwei, drei Jahren ganz persönlich aufgefallen ist, ist, dass viele Menschen, die scheinbar das Wissen über den ein oder anderen Themenbereich haben, nicht die Fähigkeit haben, das zusammenzusetzen. Oder vielmehr diese Wissensinhalte zu nehmen und für sich daraus einen Schluss zu ziehen. Denn das ist so, wie wenn ich ein Buch nehme, dieses Buch lese und dann nicht weiß, um was es ging. Und das ist ja auch ein Phänomen, was sich bei Kindern schon seit 20 Jahren zeigt. Die lesen Bücher und die wissen danach nicht, was sie gelesen haben. Hat auch wieder einen anderen Hintergrund, aber von der Art und Weise, wie der Mensch mit dem Wissen oder mit, sag ich mal, auch erlebten Situationen umgeht, ist sehr, sehr ähnlich. Die Inflation, das ist der neue Angstpunkt, gepaart natürlich mit entsprechendem Krieg, Gewalt, mit Naturgewalten, Auswirkungen, um das Chaos zu erschaffen. Die Inflation ist das Beste, was dem Menschen passieren kann. Ich stehe bestimmt ziemlich alleine da mit dieser Meinung. Ich möchte dir das aber erklären. Das, was ich dir jetzt gerade im Vorhinein erklärt habe, ist die Basis für diesen Erklärungsansatz. Wir fassen einmal zusammen. Der Mensch führt ein nichtbiologisches Leben in einem System, welches er durch seine Angst füttert. Dieses System hat den Grundbaustein Geld. Alles in allem führt es dazu, wenn man das so einfach transferieren möchte, dass der Mensch mitunter über die Identifikation des Systems krank wird. Ohne dieses System keine Krankheit. Kein sinnvolles biologisches Sonderprogramm. Denn identifiziere ich mich nicht mit etwas oder jemandem oder über etwas, entsteht daraus kein Problem. Da gibt es kein Ich habe oder Ich habe nicht. Das heißt, ich konditioniere den Menschen aufs Geld und dann nehme ich den Menschen das Geld weg. Was passiert dann? Eine riesengroße Katastrophe. Ein Chaos. Ist ja nicht so, als ob das in der Vergangenheit nicht schon öfters passiert ist. Es ist noch nie so passiert, wie es jetzt abläuft. Nicht, weil es besonders schlimm, besonders problematisch ist, sondern weil alle Bereiche, die dafür sorgen, dass der Mensch nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, werden zusammenkommen. Sie kommen ja schon zusammen. Es ist aber das Beste, was passieren kann. Weil der Mensch dadurch die Möglichkeit bekommt, zu reflektieren, was er überhaupt ist, was es bedeutet, das menschliche Leben zu leben. Im Sinne einer Erfahrung, die er für sich selbst in dieser Art und Weise zu leben überhaupt bekommt. Was meine ich damit? Es ist so, dass der Mensch ohne Geld, mehr ist als mit Geld. Und das ist natürlich völlig hirnrissig und paradox für viele Menschen. Und ich habe ja auch gerade erklärt, im Vorhinein, dass es ja keine Rolle spielt, ob jetzt jemand viel oder wenig Geld hat. Ja, das ist richtig. Aber es ist etwas anderes, wenn ich gar kein Geld habe. Wenn ich quasi merke, dass unter mir alles zusammenbricht. Denn wenn ich dann verstehe, dass dennoch das Leben weitergeht, weil das Leben entkoppelt ist von dem, was immer wieder suggeriert wird, was es benötigt, erwache ich dadurch. Ich erwache aber nicht im Sinne dessen, dass ich spirituell erwache, sondern ich erwache in mir, indem ich erkenne, dass ich eine Lüge vorgelebt bekommen habe. Und diese Lüge, das ist das, was viele Menschen schon seit vielen, vielen Jahren sehen. Aber diese Lüge, das ist nichts anderes als das, was du im Kleinen, seit du lebst, lebst. Das ist das, was dir zeigt, dass du selbst die Lüge lebst. Denn so wie im Kleinen, so im Großen. Es ist so, dass du nur das Spiegelbild für alles andere bist. Denn anders formuliert, auch das, was draußen sich abspielt, ist nur ein Spiegel des Kleinen. So ist in dir selbst das Chaos und das Chaos transferiert sich so nach außen, dass es für jeden das Chaos darstellt. Weil der Mensch im System am Ende ist. Und was benötigt es jetzt, um das System zum Ende zu bringen, um dem Menschen das Menschsein wieder zu ermöglichen oder das Menschsein Mensch sein zu lassen? Richtig, ein Zusammenbruch des Systems. Dazu benötigt es eine Inflation. In erster Instanz. Als zweites benötigt es einen vollständigen Zusammenbruch der Wirtschaft. Als drittes benötigt es einen Aufhänger dafür. Denn es geht ja auch darum, dass der Mensch im System weiterhin glaubt, dass er am System festhalten muss, um noch tiefer stürzen zu können. Es geht dabei um den Krieg, um verschiedenste Naturkatastrophen, die dafür gedacht sind, dass der Mensch dann natürlich versteht, weshalb alles zusammenbricht. Es geht darum, dass der Mensch so tief wie möglich fällt. Denn das ist das Äquivalent dazu, dass jeder Mensch für sich fällt. Dass jeder Mensch seinen eigenen Tod erlebt. Wenn du mir jetzt nicht mehr folgen kannst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Diejenigen, die entsprechende Erfahrungen mit sich selbst gemacht haben, werden aber jetzt bestimmt ganz genau wissen, was ich damit meine. Dich möchte ich damit nicht ausgrenzen, wenn du nur Bahnhof verstehst. Sollte aber für dich einfach nur das Zeichen sein, eben immer mehr vielleicht auch bei dir selbst anzufangen, zu reflektieren, was du mit dem Leben machst, warum du es machst und warum du mit dem Leben überhaupt etwas machen möchtest. Denn das, was dir da draußen präsentiert wird, das sollte dich nicht unglücklich machen. Das sollte dich nicht trauern lassen. Das sollte dich nicht in eine Krise bringen. Wenn es das tut, umso besser. Aber dann sehe es nicht als Krise, sondern sehe es als Spiel, welches du jeden Tag neu starten kannst. Denn das ist genau das, was die nächsten Jahre passieren wird. Und all das, was ich gerade erklärt habe, war schon zu einem Teil in meiner Prognose für 2023 drin. Dabei ist vor allem wichtig, dass der Mensch, ohne dass er Leid erfährt, niemals zu sich selbst findet. Das funktioniert nicht, alleine aus dem Punkt heraus, dass der Mensch sich in einem System befindet, welches nicht menschengemacht ist. Und das ist das, was du als grundlegende Basis verstehen musst, um vielleicht auch dieses Video hier verstehen zu können. Das System ist nicht menschengemacht. Und demnach hat der Mensch aus einer biologischen Betrachtungsweise ein riesengroßes Problem damit. Solange er sich selbst im System sieht, solange er sich selbst mit dem System identifiziert. Und deshalb ist der Zusammenbruch von allem das Beste, was dem Menschen passieren kann. Der Mensch lernt jetzt schon zu überleben. Das ist aber nicht das, was er jetzt erst macht, sondern das macht er, seit er auf der Welt ist. Er orientiert sich an allem, was da verdienlich ist, aus seiner Perspektive zu überleben. Aber jetzt fällt es ihm erst auf, indem man genau diese Faktoren nutzt, die überhaupt dieses Überlebensprogramm starten lassen, um diese Faktoren jetzt wegzunehmen, um dann dem Menschen klarzumachen, hey, du kämpfst um dein Überleben. Und solange der Mensch leben möchte, wird er aus diesem System nicht rauskommen. Komme, was wolle. Und deswegen werden auch immer wieder Zuckerbrot und Peitsche benutzt. Deshalb wird auch immer wieder Angst und Panik benutzt. Es geht immer wieder um ein Füttern und um ein Zurückgeben. Es geht immer wieder um das, was der Mensch für sich im Kleinen nicht haben möchte, aber im Großen dem Ganzen hinterherläuft. Das ist sowas von abartig. Das ist sowas von paradox pervers, dass es eigentlich den Menschen spätestens jetzt auffallen sollte. Tut es aber nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung so, denn es wird Zeiten geben, in denen es nicht mehr auffallen muss, weil es einfach geschieht, weil es dich einfach mitreißt, wie das Erdbeben die Häuser. Es würde mich natürlich interessieren, ob du mit diesem Inhalt hier etwas anfangen kannst. Ob das für dich entsprechend logisch ist, ob du verstehst, was ich dir in vielen verschiedenen Teilbereichen erklären wollte. Wenn du zu diesem Thema etwas beizutragen hast, Fragen hast, dann schreib es mir doch bitte in die Kommentarsektion unter dem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann möchte ich mich an dieser Stelle dafür bedanken, dass du zugehört hast und würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Wenn du Freunde und Bekannte hast, die eventuell dieses Thema auch interessiert, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals hier sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video oder jeden gestarteten Livestream von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.